Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Während Noah noch den verloren gegangenen CME sucht, können wir ja mal einen Ausblick auf die nächsten Wochen wagen. Dieses Video, was ich hier bei meinem Helio Viewer erzeugt habe, zeigt uns die Ausbrüche der letzten 48 Stunden. Diese Ausbrüche waren nicht erdgerichtet oder zumindest ein Teil davon nicht und das zeigt uns, dass die Sonne sich momentan in einer Hochaktivitätsphase befindet. Wir haben mehrere Gebiete, die jetzt auch in unsere Richtung zeigen werden in den nächsten Wochen. Die drehen sich jetzt so langsam rein und diese Gebiete sind ebenfalls schon hoch aktiv, produzieren auch schon X-Flares. Hier seht ihr einen Ausbruch, der heute am 12.05. um 5.52 UTC, also ungefähr um 7.52 deutscher Zeit, also mitteleuropäischer Sommerzeit stattgefunden hat. Dieser Ausbruch, den ihr hier seht, das war von uns aus gemessen ein M5. In der Realität dürfte es sich hier allerdings um einen X-Flares gehandelt haben. Wir können immer nur das messen, was wir auch ganz sehen. Ihr seht selber hier den Horizont der Sonne. Das heißt also, diese Linie, die ihr hier seht, das bedeutet, der Ausbruch selber war hinter dem Horizont und somit konnten wir die Gesamtenergie nicht genau messen. Aber dieses Gebiet, welches sich hier befindet und dieses Gebiet, welches sich hier unten befindet, in der Entwicklung momentan, beide Gebiete, das sieht man auch an diesen Linien hier, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, das sind also, das heißt, hier passiert etwas. Das heißt also, ein Gebiet, welches sich momentan in der Entwicklung befindet. Beide Gebiete werden jetzt langsam hier reindrehen und werden dann auch in nächster Zeit erdwirksam werden, wenn sie Ausbrüche verursachen. Das heißt also, es schaut ganz gut aus, dass die Sonne jetzt momentan sich in eine extreme Aktivitätsphase bewegt. Das ist aber auch verständlich. Wir haben ja jetzt dann irgendwann mal, eigentlich im Laufe dieses Jahres, dann das absolute Maximum an Energie Output und momentan befinden wir uns eben in diesem Bereich, in dem das Ganze ansteigt. Das heißt also, der Sonnenfleck hier unten, der für unsere Polarlichter verantwortlich ist momentan, der dreht sich jetzt langsam raus, ist auch von der Aktivität her ein bisschen rückläufig, aber immer wenn man den abschreibt, macht es bumm. Also mittlerweile ist er so weit draußen, dass er eigentlich nicht mehr so richtig aktiv, also erdaktiv werden kann, was jetzt zum Beispiel die CMEs angeht. Aber ja, das war schon ganz besonderer. Das habt ihr ja auch gesehen, am Freitag auf Samstag mit diesen extremen Polarlichtern mit dem G5-Sturm. Das war schon extrem. Und wie gesagt, warten aufs Christkind sozusagen momentan. Noah nicht wirklich auf der Höhe, was das ganze Thema angeht. Ich habe das jetzt in den letzten Stunden beobachtet. Die haben jetzt geschwenkt von G5 auf G3 und kurz darauf wieder auf G4, was die Prognose für heute angeht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die die Prognose jetzt momentan hernehmen. Ich sehe absolut überhaupt nichts, dass da was kommt. Aber ich sage immer, ich habe nicht die Möglichkeiten wie Noah. Irgendwas werden sie wissen, was ich nicht weiß. Also es kann schon sein. Ich will das gar nicht in irgendeiner Form abstreiten, logischerweise, dass da bezüglich auch der Messverfahren irgendeine Möglichkeit besteht, da etwas zu messen oder zu wissen, was ich jetzt nicht weiß. Aber alle Daten, die ich habe, zeigen eher, dass da wohl nichts passieren wird. Aber ich drücke natürlich trotzdem die Daumen, dass das heute Abend vielleicht sogar noch mal klappt mit Polarlichtern. Sonnenaktivität generell, was jetzt die Ausbrüche angeht, das ist schon extrem, was momentan passiert. Das heißt also, das ist jetzt ein Sonnenzyklus, der mal wieder in die Richtung geht. Ja, ordentlich. Das heißt, wir hatten da lange auch so, was die Prognose angeht, eher die Vermutung, dass es eher ein moderater Sonnenzyklus wird, also das Maximum. Muss man allerdings jetzt revidieren. Also jetzt geht es richtig ab. Und auch in den kommenden Wochen ist immer wieder mal die Möglichkeit, dass dann ein CME die Erde trifft, der dann auch Polarlichter auslöst. Man muss aber sagen, je länger es dauert, desto länger werden die Tage, desto kürzer die Nächte. Insofern hast du dann teilweise nur noch ein Zeitfenster von 1 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. Dass das dann genau passt mit dem Impact von CME, das wird natürlich immer unwahrscheinlicher. Klar, das ist genau das Problem, was da momentan der Fall ist. Südhalbkugel natürlich anders. Die haben dann natürlich den Vorteil, dass sie längere Nächte haben, als wir jetzt auf der Nordhalbkugel. Aber gut, ist wie es ist. Ja, da kann man jetzt überhaupt nichts machen. Aber dafür gab es ja dieses wunderschöne Ereignis jetzt, am Freitag, vom Freitag auf Samstag. Na gut, das ja jetzt zum generellen Thema, was die nächsten Wochen der Fall ist. Wir gehen jetzt ganz kurz noch auf die Prognose, was da momentan bei NOAA passiert, ja, und was da jetzt prognostiziert wird. Es ist erstaunlich, muss man schon sagen. Erstaunlich zum Ersten, dass der CME anscheinend erstens entweder immer noch nicht da ist oder verfehlt hat. Schaut so aus, als wäre es ein sogenannter Nier-Miss gewesen. Das heißt, also ein Streifschuss und was da jetzt heute noch kommt, kann man nicht mehr sagen. Also ich bin da ganz ehrlich im Niemandsland, was diese Themen momentan angeht. So, meine Lieben, jetzt auf der NOAA-Seite. Das heißt, also wir hatten hier bis vor kurzem die Vorhersage für heute, 12.05. mit einem G5. Das Ganze wurde jetzt zunächst zurückgesetzt auf einen G3, fünf Minuten später dann auf G4. Was hier genau prognostiziert wird, in welchem Zusammenhang diese Prognose jetzt hier zustande kommt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist noch ein CME unterwegs, das war ein X5.89. Das heißt, das ist ein ordentlicher Ausbruch, der auch noch erdwirksam war. Also im Sinne von, der war noch erdgerichtet, der Plasma-Auswurf. Wie das jetzt hier zusammenpassen soll, wann das hier ankommt. Also wenn es ankommt, dann eher wohl später heute am Abend. Also für uns gesehen. Das heißt, also irgendwann mal vielleicht sogar in einem Zeitfenster, was nur interessant sein könnte für Polarlichter. Ja, ich bin da momentan ein bisschen überfragt, was da jetzt auf dem Weg sein soll und wie das jetzt damit zusammenpassen könnte, dass das heute noch irgendwie der Fall ist. Wir haben zumindest, was die Werte angeht, hier überhaupt keinen Hinweis darauf, dass hier irgendetwas passiert. Null. Gar nichts. Es ist tote Hose. Es ist absolut gar nichts in Erdnähe momentan. Und diese Vorhersage hier, was jetzt zum Beispiel auch die Windgeschwindigkeit angeht, des Sonnenwindes. Das ist ein Satellit, der ungefähr 20 Minuten vorher messen kann, bevor es die Erde trifft. 20 Minuten ungefähr. Das heißt also, das, was ihr hier seht, ist 20 Minuten entfernt. Und da gibt es momentan absolut überhaupt keinen Hinweis darauf. Ich meine, der Sonnenwind ist extrem schnell für 868. Normal bist du bei 400, 500 Kilometer pro Sekunde. Das ist schon erstaunlich, dass die Sonnenwindgeschwindigkeit noch so hoch ist, obwohl die Plasmaaktivität im Erdumfeld relativ gering ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann das Erdmagnetfeld gestaucht worden sein. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das jetzt hier ein bisschen anders ist. Aber so richtig schlau werde ich aus dem Ganzen ehrlich gesagt nicht, was da jetzt momentan passiert. Es ist eine sehr interessante Situation, vor allem auch mit der Vorhersage hier. G4 für den 12.05. heute noch. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht einordnen kann, was damit gemeint ist und was hier genau jetzt passieren soll. Aber man muss eben auch sagen, ich weiß nicht alles. Und es kann durchaus sein, dass hier irgendetwas passiert, was ich nicht genau sehe. Wir haben hier zum Beispiel einen Protonflux. Der ist hier komplett abgefallen. Das seht ihr. Der hat sich dann irgendwann mal oberhalb der Warnschwelle nochmal gefangen. Aber er bewegt sich nicht nach oben. Was interessant ist, ist allerdings, dass die beiden unteren Werte, der GOS 18 50 Mega Elektronenvolt leicht ansteigt und auch der 100 Mega Elektronenvolt hier leicht ansteigt. Es ist schon auch interessant, dass wir hier einen Anstieg verzeichnen. Wo das herkommt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber die 10 Mega Elektronenvolt, die Linie, die zeigt jetzt momentan noch keine Veränderung nach oben, ist wirklich ein ganz interessantes Thema, weil es momentan einfach zu wenige Informationen gibt, um hier eine genaue Prognose, also für mich zumindest, eine genaue Prognose durchzuführen, was hier genau passiert. Und ein Vorteil hat das ganze Jahr. Sollte diese Prognose tatsächlich Substanz haben, dann ist es natürlich vorteilhaft, je länger es dauert, bis das hier, wenn es denn eintrifft, eintrifft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch in die Nacht reingeht. Und wenn es in die Nacht reingeht, dann könnte es sein, dass es später dann hier nochmal über rot wird. Und dann könnte es sein, dass wir auch Polarlichter sehen können. Aber es ist wirklich ein absolutes Chaos momentan bezüglich der Vorhersagen. Es gibt nicht so wirklich einen, die Vorhersage, dass man sagt, aha, ja, das macht alles Sinn. Da weiß man, um was es geht. Es ist wirklich absolut verrückt momentan. So, meine Lieben, und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ich drücke immer noch die Daumen für heute Abend, ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, für was ich hier die Daumen drücken soll, weil ich nicht sehe, was hier in irgendeiner Form passieren könnte. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.